Hi zusammen, schön, dass ihr reingeklickt habt. Jetzt gibt's wieder drei brandneue Filme im Schnellcheck. In Film Nummer 1 spielt Deutschlands Schauspielgenie Tom Schilling ein Superhacker in der Identitätskrise. Who am I? Ich bin einer der meistgesuchten Hacker der Welt. Ein Bruch beim Bundesnachrichtendienst. Bekannte Hackergruppe Cray. Die Jungs sind wie Windows. Das dauert, bis sie hochfahren. Who am I? ist aktuell intelligent und kurzweilig. Fast wie die Born-Filme. Zwei kleine Minuspunkte. Elias Mbarek spielt jetzt zum 48. Mal in Folge in Supermacho. Bitte was Neues. Und den Technik vom Elektromarkt, den kann ich als Schauspieler nicht ganz ernst nehmen. Aber da kann er ja nichts für. Abgenickt von Technik. Also vier von fünf Bobcorn-Typen. Selten sind sämtliche Kriterien für einen Feel-Good-Movie so lückenlos erfüllt worden wie in Film Nummer 2. Schöne Menschen, Meer, Strand, Sonne und jede Menge Gesang. Walking on Sunshine. I'm walking on sunshine. Werde heiraten. Das ist echt krank. He's the one I dream of. Du hast meinen Verlobten schon kennengelernt. Wir müssen's ihr sagen. Nein. Sie ist meine Schwester. Wie säße ich ein Kino, würde ich ein Jahr lang für den Film Ladies Night ansetzen. Zwei Sekt und die Hütte brennt. Für Frauen volle Punktzahl. Für Männer, die auf Gladiator und Fight Club stehen, eher nur drei Popcorn-Tüten. Und die auch nur, wenn danach noch was mit der Begleitung läuft. Deswegen treffen wir uns doch einfach in der Mitte. Vier von fünf Popcorn-Tüten. So, und ein Blick auf die Speisekarte verrät. Heute gibt es keinen Kartoffel- oder Nudel, sondern Star-Auflauf in unserem Energy-Film der Woche. Sieben verdammt lange Tage. Quill? Oh mein Gott! Wie lange? Das war das erste Mal. In Seitenstellung. Stell es laut. Stell es laut. Das ist der Kreislauf des Lebens. Ich will ein kompliziertes Leben. Eine riesige Familie eingesperrt unter einem Dach für eine Woche. Das hat eine Menge Potenzial für jede Art von Emotionen und das wird auch voll ausgeschöpft. Viele Charaktere, die man aus der eigenen Familie kennt. Und die großartige Jane Fonda, die über ihr gut bestücktes erste Stage spricht. Ich habe mehrmals laut gelacht und zwar allein. Klar, fünf von fünf Popcorn-Tüten. In der nächsten Woche wird es etwas düster. Rot. Du wirst die bald alle sehen. Alle Farben. Alle Nuancen. Bis dann. Ich freue mich.